Eine neue Situation gab es am Sonntagabend auch für die Borussen-Stars, denn nach dem Abpfiff, da gab es im Fanblock erstmal nichts zu hören, mucksmäuschenstill war es. Und dann, als die Mannschaft auf die Fans zugekommen ist, gab es ein gellendes Pfeifkonzert und teils wüste Beschimpfungen. Auch das ist eine neue Situation für die Spieler des BVB. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist unglaublich jetzt. Ja, auf seinen eigenen Torwart Pyro werfen. Spacken.